hallo und herzlich willkommen ich bin euer mr venom1974 wir sind wieder bei grey matter das ist jetzt auch zum ersten mal live so wir gucken mal dass wir hier da weiter machen wo wir das letzte mal aufgehört haben und vielleicht findet man ja noch irgendwie das letzte puzzle stück weil ich habe durch zufall was gefunden wo wir nicht waren jetzt bin ich mal gespannt ob ich das jetzt finde das wäre schön wenn ich da mal die tolle arschkarte wir machen es nochmal habe ich total bock drauf wenn ich ganz ehrlich bin diese tür führt vielleicht zum flügel der höheren semester aber wenn ich sie aufmache geht ein alarm los ich glaube nicht dass ich da heute unbedingt rüber muss gut mal gucken ob das der trick war immer raus gucken ob gleich jetzt irgendwas passiert sam 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 lass mich heute nicht im stich die tür haben wir uns definitiv nicht angeguckt damals und das kann ja nur irgendwie ein fizzle kleinigkeit irgendwas sein wo haben wir denn wo ist denn die tolle bushaltestelle wie gut dass ich mich hier noch auskenne nämlich gar nicht wir gucken ob da jetzt was passiert ich guck mal was da noch irgendwie zu tun oder zu lassen ist jetzt ist alles erlegt bis auf das hier ein ein münztelefon zwar ganz schön altmodisch im zeitalter von handys aber es kann nie schaden einen plan b zu haben richtig tja so das ist 100 prozent in jeder herde gibt es ein schwarzes schaf bonus kapitel ist auch abgeschlossen also müsste eigentlich nur noch das schwarze schaf da sein ich mach mal folgendes ich gucke mal vielleicht habe ich ja doch eine hoffnung ich habe nicht unbedingt bock das zu wiederholen wenn ich ehrlich bin so schwarze schaf ich habe heute übrigens eine tolle tofu erfahrung gehabt und habe gelernt dass tofu gekocht genauso schmeckt wie roh nämlich nach nix interessiert euch bestimmt brennend aber ich erzähle es trotzdem morgen gucke ich übrigens tor drei übrigens also nicht zonk und dann wisst schon mit dem hammer so 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 dass alle fünf studenten in seinem haus wohnen wissen wir so in den zimmer waren wir zimmer schlüssel habe ich den ja habe ich die kamera habe ich auch ja genau mit dieser fotokamera beschaffe ich mir heute abend beweise vielleicht kann ich sogar den täter fotografieren so so im schals zimmer war ich so in dem zimmer war ich auch so 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 die schichten mit dem kracher habe ich gemacht das drehbuch habe ich mir angeguckt tja also laut der lösung dass ich wieder so großartig finde wäre eigentlich alles gemacht aber wie wir sehen sehen wir nix was ich persönlich jetzt nicht so schön finde mein gott da ist ja irgendwas noch zu tun hier ist alles erledigt das ist wirklich das ist wir kannst du auch reingehen wenn du willst sollte sie hier im gang sehen tut sie aber nicht hier sollte jetzt dr stahls dem hasen kämpfen das tut er aber auch nicht super großartig tja dann würde ich sagen aschgeleckt und dumm gelaufen dann laden wir mal gott sei dank ja leeres kapitel ja das weiß ich so auf geht's so jetzt machen wir das nämlich so wie das in der lösung steht so kapitel vier tag drei so ich habe gerade im radio gehört dass es gab da einen vorfall in der schwimmhalle von st edmund hall und sie haben von einem weiteren vorfall am abend zuvor auf der horse path laufbahn berichtet was ist in der schwimmhalle passiert ich will dass sie sofort dorthin gehen und herausfinden was genau dort vorgefallen ist ich brauche einen detaillierten bericht sie wollen dass ich mir die sache für sie vor ort ansehe naja ich habe für so etwas keine zeit sie müssen meine augen und ohren sein ich tue mein bestes worauf warten sie dann noch dass ich ihnen die anweisung schriftlich gebe los so darauf geht es tisch ab macht mir gerade auch spaß läuft total alles heute läuft wieder aus so zwei zuschauer grüße an zuschauer 2 so eine küche wie die zeit so wie immer du bist aber früher auf den beinen gib mir noch ein paar minuten dann ist das frühstück fertig ich kann leider nicht ich muss gleich los nach oxford in deinem alter braucht man ein gutes frühstück ich kaufe mir was in der uni aber danke das ist wirklich nett von ihnen amerikaner so jetzt nehmen wir uns die zeitung das kennen wir ja schon scheinbar hat heute morgen schon wieder jemand die zeitung gebracht ich habe das gefühl jemand will dass david von diesen vorfällen erfährt richtig so das haben wir zeitung haben wir so nach edward moment 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 machen wir ganz normal sicher nicht dass wir irgendeine einen dialog vergessen haben hallo sehr im moment nein kann man nicht gut ich lasse das jetzt übrigens hier mal mit dieser space taste da weil einfach dann kann ich es ein bisschen beschleunigen so einmal rein erst meinen plan mal gucken genie smith ist das mädchen das gestern abend in der schwimmhalle war vielleicht unterhält sie sich ja mit mir darüber so ich glaube jetzt müssen wir sagen jetzt müssen wir erstmal finden genie smith da ist 106 hier mein studentenausweis lassen sie mich mal sehen helena der name gefällt mir schöner name schöne frau danke ich glaube hier im wohnheim gibt es noch eine andere helena mal sehen machen sie sich keine mühe ich kenne sie rote haare ein nettes mädchen kann ich jetzt gehen ich bin spät dran das sind sie doch alle aber nur zum flügel der unteren semester da entlang nur die studenten der höheren semester dürfen da drüben rauf aber ich verstehe hier hat alles seine hierarchische ordnung ist wie im richtigen leben nicht wahr jaja langweilig genau helena helena hundert hundert müsste das nicht 106 sein ja das ist doch 106 hi Jenny smith ja Hi, ich heiße Sam. Ich habe erfahren, was gestern Abend passiert ist. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich würde dich trotzdem gerne ein paar Sachen wegen der Schwimmhalle fragen, falls das für dich okay ist. Bist du eine Reporterin oder so? Nein, aber ich mache mir Sorgen um einen Freund. Darf ich reinkommen? Ja, in Ordnung. Du machst dir Sorgen um einen Freund? Ja, er spielt anderen gerne Streiche, aber natürlich meint er es nicht böse. Ich befürchte, dass die Sache mit dem Schwimmbecken auf seine Kappe geht. Deswegen würde ich gerne mehr darüber wissen. Ich weiß zwar nichts über deinen Freund, aber ich weiß ganz sicher, dass das kein Streich war. Alles okay? Ja, tut mir leid. Kannst du mir sagen, was genau passiert ist? Ich wollte gerade ins Schwimmbecken steigen und habe meine Badekappe aufgesetzt. Ich war nicht ganz bei der Sache, weil ich über eine Hausarbeit nachgedacht habe, die ich noch schreiben muss. Plötzlich habe ich eine Gänsehaut bekommen. Die Luft wurde ganz trocken. Fast so, als sei sie elektrisch geladen. Ich habe mich umgesehen, um herauszufinden, was da los ist. Und dann habe ich es gesehen. Im Wasser. Es war schrecklich. Wie viele Personen waren zu dem Zeitpunkt im Becken? Nur zwei Mädchen. Sie waren schon im Wasser, als ich in die Halle gekommen bin. Ich habe geschrien, dass sie rauskommen sollen. Kennst du sie? Ich kenne sie aus dem Schwimmbad. Sie haben mit der Sache nichts zu tun. Schließlich sind sie genauso erschrocken wie ich. Wann ist es passiert? Ich bin ungefähr um 23.30 Uhr runter in die Schwimmhalle gegangen. Vielleicht zehn oder 15 Minuten später ist es dann passiert. Was hast du im Wasser gesehen? Mir glaubt auch eh keiner. Ich kann es nicht mal richtig beschreiben. Versuch's bitte. Ich glaube dir. Da war... Es sah aus wie ein Umriss unter der Wasseroberfläche. So, als ob sich etwas im Wasser bewegt. Aber da war nichts. Da war nur ein menschlicher Umriss im Wasser. Aber sonst nichts. Gott! Ich weiß, es klingt verrückt, aber es war böse. Ich habe es gespürt. Mich bringen keine zehn Pferde mehr in die Nähe des Beckens. Am liebsten würde ich nicht mal mehr in diesem Gebäude sein. Ich will einfach nur nach Hause. Dieser Umriss im Wasser... Könnte es Farbe gewesen sein, die jemand ins Becken gepumpt hat? In der Zeitung steht, dass das Wasser rot war? Nein, das ist erst danach passiert. Ich habe gesehen, wie dieser Umriss bis zum anderen Ende des Beckens geschwommen und dann wieder umgekehrt ist. Wie ein Schwimmer, der seine Bahnen zieht. Und dann hat sich langsam die Farbe des Wassers geändert. Als hätte dieses Ding, dieser Umriss, das Wasser eingefärbt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Tut mir leid, aber ich will nicht mehr darüber reden. Ist schon okay. Danke, dass du so offen zu mir warst. Es geht mich zwar nichts an, aber du hast gesagt, du willst das Studium hinschmeißen. Tu's nicht. Weißt du überhaupt, wie glücklich du dich schätzen kannst, weil du diese Universität besuchen darfst? Im Ernst? Ja, du hast dich übelst erschreckt. Aber ich bin mir sicher, dass das nur ein Streich war. Zugegebenermaßen ein ziemlich ausgeklügelter. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Du warst halt zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Lass dir doch wegen so einer Sache nicht die Zukunft ruinieren. Das ist es echt nicht wert. Ja, du hast natürlich recht. Danke. Wirklich. Man sieht sich. So. Das haben wir. Irgendwer hat diese Streiche ausgeheckt. Und langsam, aber sicher bin ich echt angepisst. Aber das wird nicht nochmal passieren. Das heutige Experiment findet im Fitnessraum von St. Edmund Hall statt. Ich werde da sein und mir denjenigen schnappen, der für diese Streiche verantwortlich ist. Ich werde... Hi, Sam hier. Treffpunkt Innenhof von St. Edmund Hall. Jetzt, Süße. Äh, klar, bis gleich. Wenn man vom Teufel spricht. Ist das automatisch oder kann ich noch was anderes machen? Ich möchte ja weiter. Ich bin raus. Für heute reicht's mir. Ich hab genug Geld verloren. Aber deine Glückssträhne stand kurz bevor. Vergiss es. Ich komme sonst zu spät zur Vorlesung. So. Ich setze hier einen Speicherpunkt. Ich werde jetzt ein bisschen öfter speichern. Äh. Muss ich jetzt überspeichern. Ich möchte ja einen neuen machen. Aber gut. Ja, dann müssen wir jetzt anfangen zu überschreiben. Was willst du machen? Ich setze jetzt eben kurz für die Leute in YouTube einen Cut. Äh. Die in Stream... Die sehen das jetzt sofort weiter. Wir machen dann jetzt gleich... Gehen dann gleich... Zum Schwimmbecken. Bis gleich. Bis gleich.